Moin Leute! Willkommen zurück zu einer neuen Draufhau-Folge Pro-Halla. Ja, heute mal wieder eine kleine Folge Pro-Halla. Wie ihr merkt, ich habe mein Profilbild geändert. Es sind allerdings Characterskins hier. Nur das Ding ist, für wen? Für welchen Characters? Na gut Leute, wir haben uns in der letzten Folge Dings gekauft. Online! Und heute geht es ab mit eine letzte Runde 2 vs 2. Und dann fangen wir mit jeden gegen jeden an. Allerdings wurde mir immer gesagt, spiel mal wieder... Spiel mal Ezio, er kam noch nicht einmal vor. Ich denke mir jetzt gerade so... Okay, machen wir. Aber wir gehen auf Schaden, weil Ezio ist Ezio. Ezio ist schwer zu spielen. Alter, über ich und die Dings gehen auf Schaden. 3, 2, 1, FRAWL! Ich dachte mir wirklich so, Ezio, okay. Manja! Das ist nervig! Oh, ich kann nichts machen, ey. Das ist halt so wieder so. Junge, ich schaue doch als erstes zu... Verpiss dich. Verpiss dich. Es ist halt so. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 das nervt das war ein krasser stil man kennt doch einzigen gegen mich er sei zu wohnen söhne gewicht gewick gewick ja 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 kreise spiel raus ey ich glaube es hackt bitte ich will jetzt einmal ein krasses teammate haben was man aber nicht bekommt weil dieses spiel absoluter kacke vorgaben ist es vorgaben haupt wenn die maps immer schlimmer oder schicht mir das gerade wirklich vor springer oben ich kann nicht mal was machen ich bin da hoch wie soll ich da durch wie soll man da durch wer hat gesagt ich soll ihn spielen ja 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 jetzt geht das schon wieder los jetzt habe ich kein teammate mehr ich komme ja auch jedes mal das schlimmste teammate meines lebens ich komme nicht mehr da raus wenn er einmal seine angst hat gemacht so ein flug so ein flug so ein flug ich habe keinen bock mehr red team wins es j